Die Rhein-Hausener Verkehrsbetriebsbus Seht ihr natürlich beim nächsten Mal Ja und hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren zurück zur nächsten Folge von OMSI2 Bus Simulator und ich bin in Rheinhausen unterwegs Zweiter Part der Linie 15 von Nordbahnhof Nach Rheinhaus und das Ganze im Bus Betriebs Simulator mit einer Verspätung von 3,3 Minuten Wir fahren hier vom Hauptbahnhof ab Jetzt kommt der bescheuerte Teil, nämlich die 30er Zone mit den Blitzlichtern Ja und bis zum Hauptbahnhof habe ich eigentlich nur Leute eingeladen, also aufgesammelt Und nicht wirklich jemanden zum Aussteigen gehabt Jetzt habe ich wenigstens ein paar dabei, die aussteigen wollen Aber ziemlich viele, die einsteigen wollen Jo, was haben wir da? Einen normalen Einzelfascher Der hat sogar passend bezahlt, der nicht Nein, das war falsch 40 auf 2 und 3 auf 5 Hallo! 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 So, dann geht hier schon wieder weiter Ja, das 30er Schild hängt irgendwie in der Luft, da drüben auch Und da ist auch schon der Blitzer Hallo! Jetzt habe ich gelächelt und der blitzt mich nicht Also, das ist jetzt schon ein bisschen verwunderlich Da kommt ein Kollege entgegen Servus, Kollege! War die Linie 15 in Richtung Nordbahnhof, so, weil ich das gesehen habe, korrekt oder so? Nächste Haltestelle, Fabianshof, Ausstieg zum Opernhaus beim Fabianshof Und wir befinden uns noch immer in der 30er Zone Ja, gut, ist anscheinend auch die Einkaufszone hier in Rheinhausen Warum nicht, ne? Aber verspittungstechnisch, ja Hinten auch machen Hinten auch machen Eine Tageskarte bitte Eine Tageskarte bitte Entschuldigung Tattes Tageskarte Bitteschön Hinten sind wir Trost Nächste Haltestelle, Bettelmarkt Ja, und der Bettelmarkt ist dann die letzte Station hier in der 30er Zone Die letzte Haltestelle Ja, und der frisst für mich Danach darf ich wieder heizen bis auf 50 Dann nicht so arg heizen, ne? Da wird's schon zu heiß Ich wird sowieso schon so warm hier im Bus Mit 23,4 Grad Das ist der Motor, ne? Der heizt ordentlich, ne? Der ersetzt jede Heizung Der Ölchen ist eingestiegen Die anderen wollen nicht mit mir Dann sollen's bald Nicht mit mir fahren Da vorne hätten wir jetzt noch grün Schaut gut aus, da sind wir auch schon drüber Nächste Haltestelle Hoagam Sooo Hallo Hinten sind wir alle Trost Da ordnen wir uns gleich mal ein Da ordnen wir uns gleich mal ein Nächste Haltestelle, Preußenstraße Wir haben sogar grün, meine Damen und Herren Die dürfen da sogar gleich weiterfahren Wollen wir gar nicht mal anhalten Und schön langsam leert sich der Bus Und schön langsam leert sich der Bus Und schön langsam kriegen wir hier im Bus Schöne sommerliche Temperaturen zusammen Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Gutenstraße Und eine Verspätung von 2,7 Minuten zur Zeit auf der Uhr Und eine Verspätung von 2,7 Minuten zur Zeit auf der Uhr Nächste Haltestelle Nächste Haltestelle Und eine Verspätung von 3,7 Minuten zur Zeit auf der Uhr Und dann noch die grüne Zwei Stationchen noch und dann haben wir die Endstation Nächste Haltestelle Romanzufer Jo, das ist Romanzufer Danach kommt auch schon Reinauern Und die Verspätung, die nimmt ab Das ist sehr schön Naja, einer bleibt mir wenigstens noch erhalten im Bus Nächste Haltestelle Rheinaue Uferkominate Diese Fahrt endet dort Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal Nächste Haltestelle Rheinaue Uferkominate Ja, und genau wegen einem einzigen Passagier Muss ich hier tatsächlich bis zur Endstation weiterfahren Und natürlich um den Parkplan abzuschließen Ja, das ist ja klar, oder? Schön, dass wir da gut drüber kommen Ja, da fehlt auch irgendwie eine Stange So, Endstation, meine Damen und Herren, bitte alle aussteigen Okay, so, passt, 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 passt Finden Sie mal leer So, da haben wir auch ausgeschalten Dann schauen wir uns das Ergebnis einmal an, meine Damen und Herren Fahrt abschließen So, 17 Haltestellen Fünfter Wohnen Verspätet Angefahren Eine Pünktlichkeit von 71 Prozent Sind 260 von 340 Punkten Keine Verkehrsunfälle Keine Strafen Null Ist eine Wertung von 100 Gefahrene Strecke 6,7 Kilometer Sind 383 Punkte Verkaufte Tickets Acht Sind 22,80 Euro Fahrgastzufriedenheit Fahrgastkonfort haben wir bei 100 Prozent Fahrscheinverkauf bei 87,5 Prozent Und Fahrstile haben wir bei 34,8 Prozent Ergibt eine Punktzahl von 373 von insgesamt 504 erreichbaren Punkten Ergibt eine Fahrgastzufriedenheit von 74 Prozent Und das Ganze ergibt was? Money, 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 Money 1.016 Punkte von 1.227 Möglichen Punkten ergibt 1.016 Euro Mit einem Erfahrungsbonus von 152 Ergibt es für den Betrieb 584 Euro Minus den Steuern 117 Euro Das sind 20 Prozent Steuern Ergibt es für mich einen Reingewinn von 467 Euro Das ist nicht viel Eigentlich schon für eine Fahrt mit nur 18 In 17 oder 18 Haltestellen ist das eigentlich schon ein relativ hoher Betrag Wenn man bedenkt Normalerweise erhält man ja doch im Monat vielleicht nur bei 1.000, 1.500 Euro netto Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger Und das hier nur für eine einzige Fahrt Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit der Linie 45 Hier würde ich sagen von Rheinaue nach Oberfeld Dann mit einem anderen Bus Und bis dahin danke fürs Zusehen Wünsche noch einen schönen Tag Und tschüss, servus, bye bye Vielen Dank